Hallo und so und schön, dass du dabei bist, mit mir an und in der Minderkraft, Bad Wars auf Revinsight.tv Und ja, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich jetzt wieder schneiden möchte, aber Boila, mein GPU-Beschleuniger funktioniert nicht. Deshalb kann ich kaum schneiden, weil ihr meinen Prozessor vielleicht noch kennt. Oh, cool, ich lege schon wieder. Also ist ja echt überhaupt nichts Neues. Also das hatten wir noch nie, dass ich lege. Und ja, deshalb im Moment noch keine geschnittenen Videos. Ich werde mal gucken, wie ich das fixe. Ich glaube, die Sounds sind zu laut. Ja, ich kann nicht mal mehr respawnen, ganz toll. Job, Internet mal wieder und... Alles klar. Ja, ich denke mal, die Runde wird sehr schnell vorbei sein, dann werde ich das einfach als Info-Video nehmen. Und zwar, ja, wie gesagt, GPU-Beschleuniger funktioniert im Moment leider nicht. Er ist daneben gesprungen. Wenn er wüsste, wie viel Zeit er hatte. Alles klar, man hört einfach. Ich glaube, ich habe es übertrieben mit den Soundslizer-Stellen. Hä, ist er dumm? Lol. Ey, super, ich kann das Bett einfach nicht abbauen, weil ich lege. Ich hätte es gerade haben können. Ich sterbe ja nicht mehr. Ja, geil. Jetzt werde ich wahrscheinlich... Nee, ich habe... Ja, geil. Also, wie gesagt, kein GPU-Beschleuniger funktioniert nicht. Mein Internet funktioniert nicht, gar nichts funktioniert gerade bei mir. Wow, du zeigst mir, dass du igeln kannst. Er läuft runter! Dieser Typ ist inkompetent, habe ich so langsam das Gefühl. Und warum? Warum lagge ich denn bitte? Das fuckt mega ab. Na ja, okay, GG. Beziehungsweise eigentlich nicht GG, weil es keinen Spaß macht und... Ja, ich bin weg. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. host,